Kapitel 12 Lilly Wetten, gleich springt einer aus dem Wandschrank. Ra und Vincent mir zu und reicht mir die Popcorn-Tüte. Und auch wenn ich nach Zwiebelkuchen, Pizza, Eis, neuem Wein und einem Cocktail kurz vorm Platzen bin, greife ich zu. Ich habe das Gefühl, jede Sekunde ausnutzen, alles in mich aufsaugen und so viel wie möglich ausprobieren zu müssen. Gleichzeitig schüttle ich den Kopf. Hinter der Badezimmertür, garantiert. Einen Augenblick später ertönt ein Schrei auf der Leinwand und ein verärgertes Gemurmel aus der Reihe hinter uns. Du hast schon wieder gewonnen, flüstert Vincent. Ich fasse es nicht. Ich lache zufrieden, was mir ein Zischen von dem Kerl aus der Reihe hinter uns einbringt und einen bösen Blick von dem Typen, der sich drei Reihen vor uns zu uns umdreht. Entschuldigung, sage ich und winke in seine Richtung, ohne mein Benehmen auch nur im Mindesten zu bereuen. Vielmehr kriege ich im nächsten Moment einen waschechten Lachkrampf. Also das ist doch Tomatenketchup, hundertprozentig. Vincent schüttelt angesichts des Massakers auf der Leinwand den Kopf. Also wenn dein Tomatenketchup so aussieht, dann möchte ich mit dir kein Würstchen essen. Hey, tönt es vom dritten Typen in diesem Kino. Er sitzt drei Plätze von mir entfernt in unserer Reihe. Könnt ihr zwei endlich mal die Klappe halten? Geht leider nicht, dazu ist der Film einfach zu witzig, rufe ich zurück. Das ist ein Horrorfilm, kommt es verärgert zurück. Eben, antworte ich. Ich hab dir doch versprochen, dass du heute Spaß haben würdest, stimmt mir Vincent zu. Erneut zischt es von dem einsamen Menschen hinter uns zu uns herüber. Vincent reibt sich amüsiert die Hände. Das waren auch nicht mal drei Minuten, wir werden besser. Noch nicht genug. Du hast gesagt, du schaffst es unter einer Minute. Außerdem fehlt uns noch Nummer vier. Ich deute mit dem Kopf auf den letzten der Kinobesucher, die sich außer uns in diese Vorstellung verirrt haben. Auf der Leinwand rennt das nächste Opfer um sein Leben und kreischt sich die Seele aus dem Leib. Es handelt sich im Übrigen um eine große, schlanke Blondine mit Riesenbusen. Es gibt eben doch noch Gerechtigkeit im Leben. Ich kichere und halte inne. Oh Gott! Was ist? Fragt Vincent alarmiert. Ich hab gekichert. Und? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gekichert. Vincent grinst mich an. Heute ist eben dein Tag der Premieren. Ich schüttle den Kopf. Dein Wein ist schuld, sage ich empört, während auf der Leinwand der Killer sein nächstes Opfer findet. Vincent lacht. Ich glaube eher, das war der Cocktail in der Bar vorhin. Nein, der war grün. Und das bedeutet? Grün ist gesund. Grün ist gut. Gemüse ist grün. Nicht jedes Gemüse. Was ist mit Paprika? Gibt es auch in Grün? Stimmt. Aber Mais? Der hat die falsche Farbe. Sollte ihm mal jemand sagen? Ich schreibe es mir auf die Liste. Hey, haltet endlich mal eure Klappe. Es gibt ja Leute, die diesen Film toll finden. Und darin liegt der wahre Horror dieser ganzen Sache verborgen, erklärt Vincent in pathetischem Tonfall. Das war Nummer 4, stelle ich befriedigt fest. Ich würde sagen, Mission erfüllt, ergänzt Vincent mit unterdrücktem Lachen und deutet mit dem Kopf Richtung Ausgang. Na komm, wenn ich mir diesen Film noch länger antue, explodiert vermutlich mein Kopf. Er zieht mich hoch und kichernd, kichernd, folge ich ihm im Dunkeln durch die engen Sitzreihen aus dem Kinosaal ins Foyer, dabei nur ganz leicht schwankend. Ich bin nicht betrunken, da bin ich mir ziemlich sicher. Höchstens ein wenig angeschickert. Aber das ist mir egal, denn ich habe Spaß. Nicht wegen des Cocktails oder des Films, sondern wegen Vincent. Und das, obwohl ich seit Stunden nichts anderes mache, als an seiner Seite durch die nächtliche Stadt zu streifen, hier etwas zu essen, dort etwas zu trinken, anderswo durch die Straße zu tanzen und über die irritierten Gesichter der Passanten zu lachen und wieder an anderer Stelle mit ihm die tiefere Bedeutung vermutlich absolut sinnfreier Graffitis zu erraten. Ich fühle mich völlig überdreht und dennoch so geerdet wie nie zuvor. Etwas dermaßen Lächerliches habe ich noch nie gesehen, stelle ich draußen angekommen fest und kann mich vor Lachen kaum auf meinen eigenen, ohnehin schon wackeligen Beinen halten, die sich anfühlen, als würden sie nicht aus Muskeln und Knochen, sondern aus Pizzateig und Tomatenketchup bestehen. Habe ich dir doch versprochen. Nichts ist witziger als ein grottenschlechter Horrorfilm. Vincent deutet auf das vor dem Kino an der Wand hängende Filmplakat und erklärt dann zufrieden. Und damit hätten wir noch etwas von der Liste abgehakt. Ich stolpere an seiner Seite die Straße entlang. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich habe keine Liste von den Dingen, die ich gerne tun würde. Deshalb habe ich sie ja. Und was steht als nächstes drauf? Am liebsten würde ich mich nämlich ehrlich gesagt einfach hinlegen und in den Himmel starren. Vincent zieht eine Augenbraue hoch. Empfiehlt sich nicht besonders, so mitten auf der Straße. Spielerisch schlage ich nach seinem Arm. Das ist mir auch klar. Ich will damit nur sagen, dass ich für heute, glaube ich, genug habe. Na Gott sei Dank, ich dachte schon, du wärst sowas wie der fleischgewordene Duracell-Hase. Wer? Vincent schüttelt belustig den Kopf. Das soll bedeuten, dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der über so viel Energie verfügt. Ich meine, ich bin ja nun wirklich einiges gewohnt, aber ohne die drei Kaffee hätte ich nicht mit dir mithalten können. Aber glaub mir, mit meiner Liste für dich sind wir noch lange nicht durch. Mit dem Horrorfilm wollte ich eigentlich nur testen, ob es stimmt, was du mir über deine persönliche Gruselgrenze erzählt hast. Und ich dachte, du hättest mich nur an den Horrorfilm gelockt, damit du deinen Arm um mich legen darfst. Macht man das nicht so für gewöhnlich in solchen Filmen? Ich wundere mich selbst über das, was ich sage. Braucht es dafür einen Horrorfilm? Erwidert Vincent leise und sieht mir in die Augen. Und plötzlich habe ich wirklich genug. Genug von dem Trubel. Genug von dem Gelächter, dem Lärm, den Menschen. Gänsehaut überzieht mein Körper und die kommt nur zum Teil davon, dass es hier draußen nach der stickigen Schwüle im Inneren des kleinen Programmkinos frisch und kühl ist. Noch immer sieht Vincent mich an. Regungslos, mit diesem sonderbaren Glanz in seinen dunklen Augen, der mich schwindelig macht. Plötzlich klopft etwas an die Tür meines Unterbewusstseins, das ich in den letzten Stunden beharrlich zu verdrängen versucht habe. Meine Pläne, meine Zukunft, alles, für das ich mein Leben lang mehr oder weniger freiwillig gearbeitet habe. Sie lassen sich nicht vereinbaren mit jemandem wie ihm. Oder doch? Ein schabendes, schnaufendes Geräusch unterbricht meine Gedanken. Die Bahn ist da, erkläre ich unnötigerweise. Gott, als ob er keine Augen im Kopf hätte. Rastig drehe ich mich um und eile zur Haltestelle, fühle mich plötzlich komplett überfordert, ohne zu wissen, wovon überhaupt. Ich an deiner Stelle würde da nicht einsteigen. Wieso? Begehe ich plötzlich auf, einfach nur, um dem verwirrenden Strom meiner Gedanken einen Riegel vorzuschieben. Willst du mir etwa vorschreiben, was ich tun darf und was nicht? Nein, ich dachte nur, dass du nicht unbedingt Lust darauf hast, jetzt einen Abstecher nach Mannheim zu machen. Oh, ich komme mir unglaublich dämlich vor, doch zu meinem Erstaunen und meiner Erleichterung verzichtet Vincent auf jegliche Witze. Ich fürchte, unsere Bahn kommt erst in 20 Minuten, aber das ist nicht so schlimm, es ist ohnehin nicht mehr weit. Ich kenne eine Abkürzung. Da geht's lang. Ich nicke und gehe wortlos in die Richtung, die er angegeben hat. Vorbei an schmucken Häusern mit ordentlichen Vorgärten, in denen Palmen wachsen und Sonnenliegen auf den Morgen warten und gelb blühende Nachtkerzen einen betürenden Duft verströmen. Ich höre Vincent Schritte dicht hinter mir, muss gar nicht hinsehen, um sein Gesicht vor Augen zu haben und jede Linie darin, sein Gang, seine Gestik. Je mehr wir uns vom Trubel der belebten Straße entfernen, desto leiser werden die Geräusche der vereinzelt immer noch feiernden. Kleine Fledermäuse schwirren durch die Luft und irgendwo ruft ein Kreuzchen. Vincents Gegenwart neben mir erscheint mir sonderbarerweise zugleich beruhigend und tröstlich. Meine Schritte werden langsamer, als wir das offene Feld erreichen. Musik und Stimmen sind hier keine mehr zu hören. Dafür aber umso lauter das Zirpen der Zikaden. Dazwischen nur das Knirschen unserer Schritte auf dem Kies des schmalen Feldwegs. Vincent wendet sich nach rechts, um am Feldrand neben der letzten Häuserzeile entlang zu laufen. Straßenlaternen gibt es keine, doch die Nacht ist sternklar und ein riesiger weißer Vollmond hängt am Himmel. Ab und an fällt ein Lichtschein aus dem Fenster der an das Feld angrenzenden Häuser auf dem Weg. Immer wieder Flammen in den dazugehörigen Gärten von Bewegungsmeldern ausgelöste Lichter auf. Plötzlich bleibt Vincent stehen. Da! Was? Da war eine Sternschnuppe. Was? Wo? Ich starre mit zusammengekniffenen Augen in die Richtung, die Vincent zeigt. Sie war aber kaum zu erkennen, erklärt er. Die Lichter aus den Gärten sind zu stark. Oh Mann, ich will auch eine sehen. Ach, und was ist aus bloß keine Wolken und Sterne geworden? Na hör mal, eine Sternschnuppe ist ja wohl mal was ganz anderes, oder hat der jemand in Erdkunde nicht aufgepasst? Definitiv! Wiederholt Vincent amüsiert und greift nach meiner Hand. Na schön, dann komm mit! Wohin? Er lächelt und deutet mit dem Kopf nach links. Wir müssen da entlang. Querfeld ein? Klar, das ist doch die schönste Art zu laufen. Mit einem Lachen tut er genau das und zieht mich mit sich. Ich lasse es geschehen, anfänglich irritiert, doch mit jedem zusätzlichen Schritt mehr und mehr von seiner Begeisterung mitgerissen. Und so stolpern wir im Mondschein über das Feld zwischen Obstbäumen hindurch, immer weiter, immer tiefer, bis tatsächlich keinerlei Lichter mehr von den Häusern zu uns herüberdringen und der Nachthimmel über uns weiß gesprengelt ist, während die Welt um mich herum nur noch aus zierlichen Baumstämmen besteht, aus der trockenen, staubigen Erde unter meinen Füßen und den sacht rauschenden Blättern, die an meinen Schultern entlangstreifen. Und aus Vincent. Ich höre seine Schritte und seinen Atem, spüre seine Nähe und die Wärme seiner Hand und wünsche mir plötzlich, auf ewig so weiterlaufen zu können. Doch schließlich lasse ich seine Hand los und bleibe stehen. Warte. Vincent bleibt ebenfalls stehen. Alles okay? Ja, ich habe nur Seitenstechen. Vincent tritt zu mir und legt seine Hand auf meine Seite kurz unterhalb der Rippen. Hier? Ich erstarre, dann schüttle ich zögerlich den Kopf und flüstere. Weiter links. Vincent's warme, große Hand gleitet sanft ein Stück weiter hinüber. Seine Berührung lässt mich erbeben, etwas weiter nach oben. Erneut wandern seine Finger über meinen Körper und plötzlich fällt mir das Atmen schwer. Auf der anderen Seite auch, raunt er mir zu. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich sehe nur die Silhouette seiner Haare, die sich gegen den Mond abzeichnen. Doch der Klang seiner Stimme ist dunkel, drängend und vibriert vor einer Leidenschaft, die mich im ersten Moment erschrecken lässt, im zweiten jedoch dafür sorgt, dass sich mein Unterleib zusammenzieht. Auf der anderen Seite auch, wiederhole ich leise mit gepresster Stimme und nur ein Atemzug später spüre ich auch seine zweite Hand an meiner Talie. Hier, raunte er erneut. Ich bin mir nicht sicher, flüstere ich mit trockener Kehle und weiß selbst nicht, ob das auf seine Frage bezogen ist oder auf das, was ich hier tue. Keine Ahnung, ob das hier richtig oder sinnvoll ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es das nicht und die mit Abstand blödeste Idee überhaupt, seit ich gestern aufgestanden bin. Doch ich kann mich nicht losreißen, fühle mich wie in einem Sog, der von diesem Menschen vor mir ausgeht. Dann müssen wir es herausfinden, mummelt Vincent, und Zentimeter für Zentimeter gleiten seine Hände meine Seiten hoch, hinterlassen eine Spur aus funkensprühender Erregung. Ich schließe die Augen, versuche, Vincents Duft wahrzunehmen, der schon zu einem Teil von mir geworden zu sein scheint, und atme ihn tief ein. Dann lassen seine Finger plötzlich von mir ab und ich fühle mich haltlos und schwindelig, schlage die Augen auf, sehe direkt in seine, und die Welt um mich herum klingt plötzlich nach Chopin. Wie trunken, murmele ich. Hast du es bei der Sternschnuppe eigentlich geschafft, dir etwas zu wünschen? Ja, raunt er. Was denn? Vincent legt den Kopf schief. Das fragst du noch? Ich schlucke, bin nicht in der Lage zu antworten. Sein Blick hält meinen gefangen, macht mich nervös und gleichzeitig lockt er mich. Mein Herz schlägt so heftig, dass ich fürchte, es könne gleich aus meiner Brust springen. Regungslos stehe ich da, habe das Gefühl, die Welt um mich her hat an Bedeutung verloren. Nur dieses Gesicht vor mir zählt. Und dieses neuartige, grenzenlose Sehnen in meinem Inneren. Plötzlich hebt er eine Hand, legt die Fingerspitzen an meine Stirn und lässt sie sanft darüber gleiten, verfolgt mit ihnen die Form meiner Wangenknochen, bis sie schließlich an meiner Wange verharren. Mein Atem wird flach und hektisch zugleich und in meinem Inneren zieht sich etwas vor Verlangen zusammen. Ich schließe die Augen und ein Seufzen entrinnt sich meiner Kehle. Ich will nicht, dass es aufhört. Und zu meiner unendlichen Erleichterung legt er im nächsten Augenblick auch die Fingerspitzen seiner anderen Hand an meine Stirn, zeichnet die Form meiner Augenbrauen nach und streicht über meine Schläfe, bis seine Hand an meiner Wange zur Ruhe kommt und er mein Gesicht in seinen Händen hält. Seine Daumen streichen über meine Unterlippe. Sanft, zart und unendlich süß. Ein Kuss, der sämtliche meiner mentalen Hochspannungsleitungen herunterreißt und mich die Kontrolle über Gedanken und Gefühle verlieren lässt. Mein Körper ist ein einziges Chaos und ich stöhne unwillkürlich auf. Vincent löst sich leicht vor mir. Ich öffne die Augen. Er betrachtet mich, als ob er sicher gehen wolle, dass ich einverstanden bin und ich kann nicht anders als zu lächeln, meinerseits nach seinem Gesicht zu fassen und es sanft zu mir herunterzuziehen. Seine Bartstoppeln unter meinen Handflächen jagen mir einen wohligen Schauer über den Rücken und als sich unsere Lippen erneut treffen, öffne ich leicht meinen Mund und seine Zunge folgt meiner Einladung, zärtlich und doch fordernd. Er schmeckt nach Alkohol und Limette. Das Verlangen mir wächst, ich stelle mich auf die Zehenspitzen, dränge mich Vincent entgegen. Ein neuerlicher, stöhnender Laut entrinkt sich meiner Brust und sprengt meine letzte Barrikade. Ich schlinge die Arme um ihn, versinke in seinem Atem. Ich fühle mich so lebendig wie noch nie zuvor. Jede Zelle meines Körpers scheint zu vibrieren und meine Welt besteht nur noch aus unserem Keuchen und dem Gefühl seines muskulösen, harten Körpers, der mich an sich presst, was ich meine, unter seiner Berührung zu verglühen. Plötzlich löst er sich von mir, schiebt mich sanft von sich und raunt mit einem leisen Lachen. Hör mal, ich weiß ja, dass ich unwiderstehlich bin, aber sofern du keine Kondome dabei hast, sollten wir eine kleine Pause einlegen. Aber zumindest hat sich die Frage erledigt, ob wir zu dir oder zu mir gehen. Vincent Mit Lilly an der Hand laufe ich durch die Nacht. Ihr Gesicht ist gerötet, ihre Augen glänzen und sie lacht. Mir hingegen schnürt die Erregung fast die Luft ab. Und nicht nur die Luft. Dass ich es vorhin auf dem Feld überhaupt geschafft habe, mich von ihr loszureißen, war eine Meisterleistung äußerster Selbstbeherrschung. Plötzlich stolpert sie, fängt sich aber wieder. Na, haut meine Ausstrahlung dich um, ja? Flachse ich. Sie wird ein wenig rot und schlägt spielerisch nach meinem Arm. Von wegen, Mr. Unwiderstehlich. Ich glaube ja immer noch, dass sich bei mir nur der Cocktail bemerkbar macht. Gib es zu, du hast mich absichtlich abgefüllt. Von wegen. Wenn ich das vorgehabt hätte, hätte ich zumindest den Anstand gehabt, einen Cocktail mit einer vernünftigen Farbe zu wählen. Du meinst, ich würde... Oh. Sie bricht ab. Ihre Augen weiten sich, ihre Schritte stocken und sie lässt meine Hand los. Irritiert schaue ich wieder nach vorn, um herauszufinden, was sie aus der Fassung gebracht hat und bleibe abrupt stehen. Nur um einen Augenblick später loszusprinten, noch im Laufen mein Handy aus der Tasche zu ziehen und die Nummer zu wählen, von der aus Toni mich neulich angerufen hat, denn vor unserem Haus steht eine Polizeistreife und in nahezu sämtlichen Fenstern brennt Licht. Es klingelt einmal, zweimal, ein weiteres Mal. Doch schließlich ertönt eine verschlafene Stimme. Hm? Toni? Keuche ich im Laufen. Bist du das? Ja, was ist denn los? Was machst du gerade? Hä? Schlafen? Was sonst? Okay, das ist gut. Sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ich dachte nur, also, du weißt nicht zufällig, warum die Polizei vor meiner Wohnung steht? Polizei? Er klingt ehrlich überrascht und mir fällt ein ganzer Berg vom Herzen. Du hast keine Ahnung, warum die hier ist, oder? Ja, klar. Nur weil irgendwo die Bullen aufkreuzen, soll ich etwas damit zu tun haben. Schönen Dank auch. Schönen Dank, dass du so wahnsinnig viel Vertrauen in mich hast. Nein, so war das nicht gemeint. Tut mir leid, ich wollte nur... Ach, vergiss es. Schlaf weiter. Erst wächst du mich und beschuldigst mich grundlos. Mitten in sein Schimpfen hinein lege ich auf und renne zur Haustür. Hinein in ein aufgelöstes Stimmengewirr. Da bist du ja endlich, wird aber Zeit. Ich kann es noch immer nicht glauben. Was ist denn passiert, versuche ich erfolglos mir Gehör zu verschaffen, während ich mich nach oben durchkämpfe? Nicht, rufe ich. Kann mich mal einer aufklären? Ich bin immer noch fassungslos. Nirgends ist man mir sicher. Keine Ahnung, wie ich je wieder ruhig schlafen soll. Ich kämpfe mich durch die Menge, greife mir die am wenigsten hysterisch wirkende Person, es ist Nicolette, und hoffe, dass sie mir eine Antwort auf meine Fragen liefern kann. Und das kann sie. Bei dir wurde eingebrochen. Was? Aber keine Sorge, der Einbrecher wurde sofort geschnappt. Und rate mal, wem du das zu verdanken hast. Mir hat es die Sprache verschlagen. Ich bin nur in der Lage, ratlos mit den Achseln zu zucken. Anna und Sixty und unserem Verschwörungstheoretiker. Martin? Jetzt erst wird mir klar, dass es tatsächlich Martins Stimme ist, die durch das Treppenhaus heilt. Ja, genau. Ganz dürr und lang, und am Kinn hatte er eine Narbe. So lang. Er deutet mit den Fingern eine Länge an, die die Vermutung nahelegt, dass das Kinn des Betreffenden zweimal so lang wie sein Gesicht ist. Schon seit Tagen hat er sich hier herumgetrieben, aber es wollte ja niemand auf mich hören. Mir war von Anfang an klar, dass der nichts Gutes im Schilde führt. Ich kenne mich so aus mit sowas. Das muss man auch. Sonst verschwindet man schneller in der Gruft irgendeines Geheimdienstes, als man CIA-Buchstabieren kann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geschockt ich war. Der war verflixt stark. Trotzdem habe ich es geschafft, ihn zu überwältigen. Hab ja schließlich Ahnung von sowas. Martin hat ihn überwältigt? Fassungslos wende ich mich wieder Nicolette zu. Die winkt ab. Anna und Sixty haben wohl wahnsinnigen Krach gemacht. Und da ist Martin rüber, hat an deine Tür gelauscht und, weil ihm die ganze Sache komisch vorkam, die Polizei gerufen. Wenigstens in der Hinsicht ist mein Weltbild gerettet. Dennoch bin ich geschockt und hasste nach oben. Dort steht Martin, umgeben von Hausbewohnern und Nachbarn. Sein Gesicht über dem Vollbad leuchtet rot und er poliert aufgeregt die dicken Gläser seiner Brille. Wins, ruft er erleichtert aus, als er mich erblickt. Mensch, da bist du ja endlich. Hast du schon gehört, was passiert ist? Ja, habe ich, rufe ich ihm über die Schulter zu, während ich meine Wohnung betrete. Und ich schwöre, dass ich dich nie wieder aufziehen werde, wenn du die Mülltonnen observierst. Jawohl, genau. Man weiß vorher nie, was oder wer sich in einer Mülltonne verstecken könnte, bestätigt Martin stolz, um sich anschließend in einer Auflistung all dessen zu ergehen, was das sein könnte. Ich höre ihm nicht weiter zu, eile in meine Wohnung und sehe mich suchend um. Doch der Flur und das Wohnzimmer sehen genauso aus wie vor etlichen Stunden. Keine aufgerissenen Schubladen oder offenstehenden Schränke, dafür aber von den Regalen gestürzte Bücher, von der Arbeitsplatte gefekte und am Boden zersplitterte Gläser und von der Fensterbank geworfene Blumentöpfe. Das typische Bild der Zerstörung, das Anna hinterlässt, wenn sie sich provoziert fühlt. Ich gehe sicher nicht falsch in der Annahme, dass der Einbrecher nun auch über etliche übelblutende Kratzfunden verfügt. Auch Sixty scheint dem ganzen Streu nach zu urteilen, dass auf dem Boden verteilt ist, wild durch ihren Käfig gesaust zu sein und dabei einen unwahrscheinlichen Lärm verursacht zu haben. Jetzt jedoch hat sie sich in ihr Häuschen verkrochen. Von Anna keine Spur. Vermutlich hat sie das Weite gesucht, als dann auch noch die Polizei eintraf und ihr alles zu viel wurde. Seufzend hole ich Kehrblech und Besen aus dem Küchenschrank hervor und mache mich daran, die Glasscherben vom Boden aufzufegen. Ich frage mich, was der Kerl bei mir gesucht hat. Ich frage mich, was der Kerl bei dir gesucht hat. Ich erstarre und drehe mich langsam um. Du? In der Schlafzimmertür steht, in Polizeiuniform, Mark. Großartig. Das musste jetzt einfach sein. Kann das Leben mir nicht einfach einen ganz normalen Arschtritt geben und bewirken, dass ich stürze und mir den Fuß breche oder so? Selbst eine gebrochene Nase wäre besser, als ständig Mark über den Weg laufen zu müssen. Tja, so schnell sieht man sich wieder. Leider, knurre ich. Tony ist nicht zufällig bei dir, oder? Nein. Und selbst wenn, hätte er ja wohl jedes Recht dazu. Und wenn er etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun hätte? Dann wäre es deutlich einfacher für ihn gewesen, mich nach dem Schlüssel zu fragen, erwidere ich verächtlich. Mark schnauft. Du weißt genau, was ich meine. Ich sag es zum letzten Mal. Er hat sich geändert. Er ist clean. Cleaner als clean. Noch cleaner und er wäre meister proper. Und ich sage es auch zum letzten Mal. Du bist ein Träumer. Hör mal gut zu. Der Typ, der hier eingebrochen ist, hat nichts, aber auch gar nichts mitgehen lassen. Na gut, ist ja nicht gerade so, als ob es bei dir was gäbe, was man mitgehen lassen könnte. Ich funke clean böse an. Trotzdem ist das ein sehr ungewöhnlicher Einbruch, so weit oben in einem Mehrparteienhaus. Warum nicht in einer Wohnung im ersten Stock, in die man gut hineinkommt? Also was hat er hier gesucht? Woher soll ich das wissen? Fragt ihn doch, was er hier wollte. Werden wir. Keine Sorge. Aber bis dahin habe ich noch ein paar Fragen an dich, erzückt seinen Notizblock. Tu, was du nicht lassen kannst, grolle ich. Lilly. Endlich verlassen die beiden Polizisten Vincents Wohnung. Ich atme auf und schlängle mich an Martin vorbei, in dessen Erzählungen seine Heldentat inzwischen auf ein Niveau angewachsen ist, das mindestens des Bundesverdienstkreuzes würdig ist. Vincent, rufe ich vorsichtig in die offenstehende Wohnung hinein und betrete sie dann langsam. Mein Herzschlag, der beim Anblick des Streifenwagens kurzzeitig ausgesetzt hatte, hat sich inzwischen wieder normalisiert. Vor allem, seit mir klar ist, dass dieser hagere Kerl mit der Narbe offenbar kein von meinem Vater engagierter Privatdetektiv ist. Wäre ja auch ziemlich lächerlich gewesen, ein solcher hätte schließlich sofort Bescheid gegeben, anstatt mich zu verfolgen. Doch offenbar hat der Kerl nicht mich verfolgt, sondern Vincent und das vermutlich, um seinen Tagesablauf zu studieren und dadurch herauszufinden, wann die beste Zeit für einen Einbruch ist. Oder so ähnlich. Wie auch immer, ich bin aus dem Schneider, Gott sei Dank. Vincent lehnt an der Wand, die Arme vor dem Körper verschränkt und starrt düster vor sich hin. Vorsichtig nähere ich mich. Äh, hey, ich, ähm, hab zufällig ein bisschen was von dem mitbekommen, was der Polizist gesagt hat. Du hast an der Tür gelauscht. Ich hab deine Bluse im Türspalt gesehen. Äh, sie, ähm, hatte sich im Türgriff verheddert und ich hab nur versucht, sie davon zu lösen. Ich räuspere mich. Wie auch immer. Jedenfalls scheint mir, dass Marc keine besonders hohe Meinung von Toni hat und damit ist er ganz offensichtlich nicht der Einzige und... Die haben doch alle keine Ahnung! Unterbricht mich Vincent wütend und schlägt mit der Faust gegen die Wand, sodass ich erschrocken zusammenfahre. Ich versuche es erneut. Ich könnte natürlich verstehen, wenn du mir nicht sagen wollen würdest, was los ist, aber... vielleicht willst du es ja doch. Ich lächle ihn zeithaft an, doch Vincent stößt sich von der Wand ab, durchquert das Wohnzimmer und tritt auf die Dachterrasse. Zögernd folge ich ihm. Er steht am Geländer, stützt sich mit seinen Unterarm darauf ab und blickt über die Stadt. Genauso wie heute Morgen, nur, dass er jetzt keine entspannte Gelassenheit mehr ausstrahlt, sondern Ärger und Unsicherheit. Ich trete neben ihn, lege meine Hand sanft auf seinen Arm. Vielleicht hilft es dir ja, darüber zu reden. Das sagt die Richtige. Ich werde rot und ziehe gekränkt meine Hand zurück, verkneife mir jedoch jeden Kommentar. Schließlich seufzt Vincent auf. Es ist kompliziert. Glaub mir, erwidere ich resigniert. Ich kenne mich aus mit komplizierten Dingen. Vincent fährt sich mit der Hand über seine Bartstoppeln und sagt dann leise, Toni hat ein paar Probleme, das stimmt. Und da will ich auch gar nichts verharmlosen. Aber er hat sie in den Griff bekommen und nur das zählt. Was denn für Probleme? Er ist in schlechte Gesellschaft geraten, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen wegen Hehlerei. Er ist eingebrochen? Nein, er hat geklaute Ware zu verkaufen versucht, um, weil, also, er brauchte Geld für. Vincent atmet tief durch und seufzt. Er hatte Probleme mit Drogen. Ist doch wohl auch kein Wunder, wenn man so aufwächst wie wir. Aber er ist da durch. Ich habe ihn dazu bekommen, einen Entzug zu machen. Hast du etwa auch Drogen? Nein, nie. Also dann liegt es nicht alleine daran, wie ihr aufgewachsen seid. Siehst du, du verstehst es nicht. Er ist der Ältere. Ich hatte ihn. Er hatte niemanden. Nur schlechte Freunde. Wie auch immer, das ist Vergangenheit. Den Eindruck hat dieser Polizist aber nicht erweckt. Ja, weil er ein verlogener Mistkerl ist. Du kennst ihn? Vincent schnauft verächtlich. Kann man wohl sagen. Er war mein bester Freund. Meine Augenbrauen zucken nach oben und ich bin einen Moment lang sprachlos. Nach einem Blick auf mein Gesicht seufzt Vincent tief auf und sagt müde, er hat unsere Freundschaft ausgenutzt, um bei mir herumzuschnüffeln und nach Beweisen zu suchen, die Toni belasten könnten. Und hat er etwas gefunden? Jein. Im Keller lagen irgendwelche Elektronikteile, die stammten wohl aus irgend so einem dämlichen Einbruch in ein Elektronikgeschäft vor zig Monaten. Allerdings konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, wer sie im Keller abgelegt hat. Aber für Toni hat das bei seinem Vorstrafenregister trotzdem U-Haft bedeutet. Und du? Ich musste auch zur Vernehmung und stand ziemlich blöd da, das kannst du mir glauben. Aber auf den Dingern fanden sie keine Fingerabdrücke von uns und da die Kellerräume nur Balkenverschläge sind, durch die jeder leicht hindurchgreifen kann und die außerdem von jedem Deppen kinderleicht aufgemacht werden können, hätte jeder die Sachen dort abstellen können. Und Toni? Den haben sie, wie gesagt, da behalten. Haben ein ziemliches Hickhack drum gemacht und ihm alles Mögliche anzuhängen versucht. Hat aber nicht funktioniert. Aber... hat er... also... waren das geklaute Sachen? Vincents Gesicht verdüstert sich und er reibt angespannt seinen Daumen gegen seinen Zeigefinger. Vincent? Er hat gesagt, dass an den Anschuldigungen nichts dran ist, dass einer seiner ehemaligen Kumpel ihm das Zeug überlassen hat, ohne dass Toni wusste, wo er das her hatte. Ich runzle die Stirn. Und glaubst du ihm? Herrgott, er ist mein Bruder! Hoffnung ist wie der Zucker im Tee. Auch wenn sie klein ist, versüßt sie alles. Was? Ein chinesisches Sprichwort. Tu mir bitte eingefallen und bleib mir mit diesen dämlichen chinesischen Sprüchen vom Leib. Gekränkt beiß ich mir auf die Lippe, bohre aber nicht weiter nach. Sein Zwiespalt ist auch so schon offensichtlich genug. Und hart genug. Aber im Grunde genommen hat dieser Mark ja nichts anderes getan als seinen Job. Nein! Er hat meine Freundschaft missbraucht. Und was Toni angeht, Toni hat das alles hinter sich gelassen. Es lief gerade alles so gut. Er hatte den Entzug hinter sich und den Job gefunden. Und dann kommt Mark und zerschlägt alles. Wegen ein paar dämlicher Flachbildfernsehen, nach denen schon längst kein Hahn mehr kräht. Naja, setze ich vorsichtig an. Also rein vom juristischen Standpunkt aus kann man ihm aber doch keinen Vorwurf machen. Alles klar, knurrt Vincent. Stell dich ruhig auf seine Seite. Das tue ich nicht. Aber denk doch mal an die Menschen, die bestohlen. Hör doch auf! Fährt er mich aufgebracht an. Du kannst dir den ganzen Sermon sparen, habe ich alle schon tausendmal vorgekauft bekommen. Und außerdem gibt es, wie gesagt, keine Beweise. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Toni hat sich geändert. Gekränkt schweige ich. Vincent fährt sich durch die Haare, wirkt von seiner eigenen Heftigkeit erschrocken und sagt, wieder etwas ruhiger, es geht hier nicht darum, ob das juristisch korrekt war oder nicht. Es geht darum, dass er meine Freundschaft missbraucht hat. Toni deshalb in U-Haft musste und den neuen Shop verloren hat, bevor er ihn überhaupt hatte antreten können. Ich beiße mir auf die Lippe. Aber was denn jetzt schon wieder? Um auf diesen Polizisten zurückzukommen, zu dem Thema gibt es nichts mehr zu sagen, unterbricht er mich unwirsch. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass ihm das Ganze leid tut. Ach Gottchen, was du so alles fühlen kannst, höhnt Vincent. Ich schlucke. Seine Worte verletzen mich, aber noch bin ich nicht bereit aufzugeben. Gestern, vor deinem Auto und auch bei Bernie, hat sich das für mich so angehört, als würde er sich entschuldigen wollen. Vincent schnauft verächtlich. Was bist du, eine verkappte Psychiaterin oder was? Ich presse die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Langsam reißt mir dann doch der Geduldswaden. Bin ich nicht, leider, denn ich glaube, du hättest so einen Psychiater tatsächlich mal nötig. Und das sagst ausgerechnet du. Was soll das heißen? Na was wohl? Jemand Gestörteres als dich habe ich in meinem ganzen Leben noch nie getroffen. Ach ja? Dann will ich dir mal was erzählen, du egoistischer, selbstgerechter... Ähm, sorry, ertönt plötzlich Arnes Stimme und ich fahre erschrocken hoch. Was ist, lauft Vincent, um einen Sekundenbruchteil später hinzuzufügen. Wo warst du überhaupt? Ich störe euch ja nur ungern und ihr könnt euch auch gleich weiter nach Herzenslust streiten, aber ich dachte, ihr würdet vielleicht gerne etwas Wichtiges über eure Schildkröte erfahren. Über... Mein Blick fliegt zum Gehege und im nächsten Moment stürze ich erschrocken hinüber, denn die Rindenstücke sind alle umgedreht und Mondgesicht ist nirgendwo zu sehen. Jemand hat sie geklaut, schreie ich. Red doch keinen Unsinn, protestiert Vincent. Wer klaut denn bitte eine Schildkröte? Ähm, macht Arne. Aber sie ist weg! Nein, keine Sorge, sagt Arne und hebt beschwichtigend die Hand. Ich hab sie! Vorsichtig setzt er seinen Rucksack ab, klappt ihn auf und holt meinen alten Schuhkarton heraus. Besorgt renne ich zu ihm und entreiße ihm die Schachtel. Du hast sie geklaut? Nein, ich hab sie nicht geklaut, ich hab sie nur kurz ausgeliehen. Jetzt bin ich nicht die Einzige, die ein riesiges Fragezeichen auf der Stirn hat. Arne seufzt. Ich hatte doch gesagt, ich würde einen Bekannten fragen, der sich mit Schildkröten auskennt. Das hab ich getan. Er wohnt in Mannheim und wir haben uns ein bisschen verquatscht. Nie wieder, ruf ich empört aus. Nie wieder nimmst du meine Schildkröte einfach so mit, ohne zu fragen, hörst du? Seit wann gehört sie denn dir? fragt Vincent. Ich würdige ihm keine Antwort. Arne verzieht beleidigt den Mund. Also, wollt ihr jetzt wissen, was ich für Neuigkeiten habe oder nicht? Schieß los, sagt Vincent. Okay, also ich bin ja wie gesagt nicht unbedingt ein Schildkröten-Experte. Aber ich habe noch nie eine Schildkröte mit solch einer Panzerzeichnung gesehen. Sie ist wunderschön, sag ich trotzig. Und genau das ist ihr Problem, erwidert Arne mit einer sonderbaren Betonung. Wie meinst du das? Das ist eine burmesische Sternschildkröte. Sie ist vom Aussterben bedroht, verwirze ich ihn an. Und dann Mondgesicht, die von all der Aufmerksamkeit denkbar unbeeindruckt, langsam ihren Mund öffnet und schließt. Als würde sie unsichtbares Gras kauen. Fast erwarte ich schmatzende Geräusche zu hören. Ich kann mich natürlich irren, aber für mich sieht es so aus, als wäre die Schildkröte Schmuggelware. Was? wiederhole ich verblüfft. Wer bitteschön schmuggelt eine Schildkröte? Du würdest dich wundern, sagt Arne mit einem resignierten Unterton. Soweit ich weiß, werden immer wieder Leute aufgegriffen, die Schildkröten in Seifendosen oder Dokumentenrollen oder sogar mit Klebeband am eigenen Körper befestigt über die Grenze zu bringen versuchen. Manchmal hunderte davon. Vielleicht ist das auch hier der Fall gewesen, doch die anderen sind schon weiterverkauft worden oder so. Jedenfalls ist speziell die burmesische Sternschildkröte besonders streng geschützt und da ist jede Ausfuhr verboten. Mein Kumpel wusste zwar nicht, was ein solches Exemplar wert ist, aber er meinte, dass Sammler zum Beispiel für eine goldene Schnabelbrustschildkröte bis zu 30.000 Dollar pro Exemplar zahlen würden. Ist natürlich illegal, klar. Vincent reibt sich sein stoppeliges Kinn. Es hört sich an wie Schmirgelpapier. Ich hab da so einen Verdacht. Ich glaub, ich hab denselben, sag ich düster. Arne sieht von Vincent zu mir und zurück. Schön, dass ihr euch ausnahmsweise mal einig seid, aber könntet ihr mich bitte mal einweihen? Vincent kreuzt die Arme vor der Brust. Bei mir wurde vorhin eingebrochen. Hier? Arne sieht aus, als würde er gleich zu lachen anfangen. Was hast du denn schon? Oh. Ich atme tief durch. Ganz offensichtlich hat der Kerl mit der Narbe doch mich verfolgt, aber aus ganz anderen Gründen, als ich vermutet hatte. Ich schätze, er war derjenige, der versehentlich meinen Koffer erwischt hat. Er muss es gemerkt haben und mir gefolgt sein. Ich erinnere mich an die Gestalt im Dunkeln und die Schritte vor dem Lokal, in dem ich auf Vincent gestoßen bin. Und mich überläuft es eiskalt. Vermutlich war er es auch, der mein Handy geklaut hat. Ich wusste doch, dass er mir bekannt vorkam, nur hatte er eine Mütze auf dem Kopf und seinen Jackenkragen aufgestellt, sodass ich die Narben nicht sehen konnte. Beziehungsweise wollte er offensichtlich gar nicht in erster Linie mein Handy, sondern den Schuhkarton mit der Schildkröte. Gott sei Dank hat er sich in die Flucht schlagen lassen, als Vincent mit quietschenden Reifen seinen Wagen zurückgesetzt hat. So langsam ergibt alles einen Sinn und zumindest in einer Hinsicht habe ich jetzt Klarheit. Mein Vater weiß definitiv nicht, wo ich bin, denn dass derjenige, der nun im Besitz meines Koffers ist, kein Interesse daran gehabt hat, einfach so bei meinen Eltern anzurufen, dürfte damit klar sein. Tja, sagt Vincent. Hm, mache ich. Und jetzt? fragt Arne. Sollten wir schlafen gehen, verkünde ich mit Nachdruck. Es wäre eine Katastrophe, wenn ich so kurz vor dem Ziel scheitern würde, weil die Polizei wegen der Koffersache meine Personalien aufnimmt. Der Kerl ist auf der Wache und am Wochenende werden wir sicher keine Infos mehr zu dem Einbruch kriegen und vermutlich auch nicht am Montag oder Dienstag. Außerdem wird der Typ schon von selbst mit der Sprache rausrücken, woher er die Schildkröte hat und dann wird sich sicher auch noch entscheiden, was jetzt mit ihr passiert. Ich finde, wir sollten einfach abwarten. Ja, hört sich nach einem guten Plan an, stimmt Arne mir seufzend zu. Ich brauche aber noch eine Decke für die Couch. Ich werfe stürnrunzelt einen Blick auf die Couch. Kann man die denn ausziehen? Vincent sieht mich an und lächelt herablassend. Wie kommst du darauf? Ich blinzle, dann fällt der Groschen und ich strecke das Kreuz durch. Kommt nicht in Frage, lehne ich ab. Tja, entweder du und ich im Bett oder du und Arne. Ach, ich ziehe meine Augenbraue hoch. Oder Arne und du? Oh nein, schaltet es mir in Stereo entgegen. Das ist keine Option, ergänzt Vincent mit Nachdruck. Definitiv nicht, bekräftigt Arne. Vincent. Bist du endlich fertig? Rufe ich durch die Balkontür in Richtung des verschlossenen Badezimmers. Sieht es danach aus? Kommt Lillys unfreundliche Antwort zurück. Genervt hole ich mir einen Radler aus dem Kühlschrank und gehe damit zurück auf die Dachterrasse zu Arne, der vor dem Schildkrötengehege steht und Gedanken verloren darauf starrt. Er räuspert sich. Sag mal, wegen Nicolette, ähm, hat sie sich wirklich mit diesem Typen getroffen? Ich nicke und Arnes Schultern fallen nach vorn. Aber es hat nicht gepasst, beruhige ich ihn. Sein Kopf schnellt herum, prüfend schaut er mich an, dann seufzt er tief. Gott sei Dank. Nachdenklich betrachte ich ihn. Bislang habe ich dieses Hin und Her zwischen Nicolette und ihm nie ernst genommen, zumal er ständig fremd flirtet und sie permanent anderweitig nach dem Mann fürs Leben sucht. Doch seit Lilli das Thema angesprochen hat, lässt es mich irgendwie nicht mehr los. Und Nicolettes Aussage gestern hat mich berührt und schockiert zugleich. Ich fahre mir mit der Hand über den Nacken und sage langsam. Du weißt, es ist nicht mein Ding, sich in anderer Leute Angelegenheiten zu mischen. Arne nickt. Und Nicolette und die Mäuse sind mir verdammt wichtig. Erneut nickt Arne. Und du kommst super klar mit den Mäusen, nicht wahr? Wieder nickt Arne. Tja, wie formuliere ich das jetzt am besten? Arne sieht mich erwartungsvoll an. Ich hole tief Luft. Gut. Reiß dich gefälligst zusammen und mach sie glücklich, du Idiot. Oder ich sorge dafür, dass du nie wieder irgendeine Frau glücklich machen kannst. Seine Kinnlade klappt herunter. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Hör auf, anderen Frauen hinterherzusehen. Nicolette ist die Beste. Und sie liebt dich. Warum auch immer. Also sage gefälligst, dass du das Gleiche für sie empfindest und beende endlich dein Studium. Und such dir einen anständigen Job, damit ihr abgesichert seid. Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das wirklich sage. Ich fahre mir müde über die Augen. Aber was, schnappe ich. Und pass auf, was du sagst, denn mein Bedarf an feinfühligen Aussprachen ist jetzt definitiv für die nächste Zeit gedeckt. Na schön. Aber was ist mit dir? Hä? Eine Frau, sagt Arne mit bedeutungsschwangerer Stimme und nickt mit dem Kopf in Richtung Wohnung. Ja, sage ich entnervt. Sie ist immer noch eine Frau, so wie auch heute Nachmittag schon. Aber was ist aus deiner Regel geworden, keine Frau über Nacht mehr zu dir zu nehmen? Sie zählt nicht. Ach. Ja, und damit ist das Thema beendet. Also sag Nicolette einfach, dass du sie magst und fertig. Warum sagst du das Gleiche nicht einfach zu Lilly? Warum sollte ich? Sie ist penetrant und nervig und verrückt und... Und der Rest geht dich einfach nichts an. Ende der Diskussion. Ich stürze meinen Radler hinunter, lasse Arne stehen und kehre zurück ins Wohnzimmer. Zum Glück ist das Bad endlich frei und so kann ich duschen und mich keine zehn Minuten später in mein Bett fallen lassen. Ich taste nach der Decke, die eigentlich nur ein Bettlaken ist. Bleib gefälligst auf deiner Seite, rollt es von Lilly, während sie sich ihr Bettlaken bis zum Kinn hochzieht. Keine Sorge, von Kratzbürsten halte ich mich fern. Den konnte ich mir einfach nicht verkneifen. Kratzbürste? Schon sitzt sie senkrecht im Bett. Ihr Haar rutscht nach vorne und fällt zu beiden Seiten ihres Gesichtes hinab wie ein Wasserfall aus Tinte. Im Licht des Mondes, das durch das Fenster fällt, scheint ihr Bettlaken weiß zu leuchten. Sie hält es immer noch fest, um sich gewickelt, als befürchte sie, ich könne es ihr jeden Moment vom Körper reißen. Ich stöhne auf. Allerdings in erster Linie, weil ihr Körper so eng neben meinem mich leider im Gegensatz zu meiner Aussage ganz und gar nicht kalt lässt. Verdammte Axt. Die Art, wie mondlich das Shirt, mein Shirt im Übrigen, ihre Brüste umspielt, lässt mich hart schlucken. Komm, mach jetzt kein Theater, ja? Ich muss jetzt endlich schlafen. Während sie sich neben mir herumwälzt, denke ich an ganz andere Dinge als an Schlaf. Wie um Himmels Willen kann es sein, dass allein Lillys Anblick ausreicht, um meinen gewaltigen Ärger, den ich auf sie wegen ihrer Aussage über Mark hege, auf etwas zusammenschrumpfen zu lassen, das die Größe einer Kaffeebohne hat? Dann schlaf gefälligst und lass mich in Ruhe, zischt sie. Würd' ich ja gerne, aber du musst offenbar immer das letzte Wort haben. Damit drehe ich mich ebenfalls auf die von ihr abgewandte Seite. Hey, das ist meine Decke, gib sie wieder her! Verärgert zieht sie ihr Laken, das ich fälschlicherweise erwischt hatte, wieder zu sich, wickelt sich erneut darin ein und bald darauf sind regelmäßigere Atemzüge zu hören. Vorsichtig stemme ich mich auf meinen Ellenbogen auf, lege den Kopf in meiner Hand ab und betrachte sie. Unter ihrem Bettlaken zeichnet sich verführerisch die Wölbung ihrer Hüfte ab und Lelis Haar fällt wie ein seidenweicher Teppich über das Kissen. Ich muss mich zurückhalten, ihr nicht eine schimmernde Strähne aus dem Gesicht zu streichen. Warum nur muss ich die ganze Zeit an das Lächeln auf ihrem Gesicht heute Abend denken, an ihre glänzenden, grünen Augen, ihre sanfte Stimme? Hör auf, mich anzustarren! Na gut, also das mit der sanften Stimme lassen wir mal außen vor. Meine Wohnung, mein Bett, meine Decke, sage ich. Sonst noch was, das du von mir willst? Ja, dass du mich in Ruhe lässt. Tatsächlich? Ich rolle mich wieder zu ihr herum. Das hat draußen auf dem Feld aber ganz anders gewirkt. Wie bitte? Da hatte ich eher den Eindruck, dass du nicht genug von mir kriegen kannst. Was? Erneut fährt sie auf und ich weiß einfach, dass ihr Gesicht vor Verlegenheit glüht. Ich? Die Empörung schraubt ihre Stimme nach oben und unwillkürlich kommt mir der Gedanke, dass ich lieber auf ganz anderem Wege ihre Stimme in solche Höhe katapultieren würde. Warum nur macht sie mich so unruhig? Ihre Reaktion auf die Sache mit Marc war ja wohl absolut unter aller Kanone. Dennoch habe ich plötzlich extreme Schwierigkeiten, das meinem Körper klar zu machen. Ich war betrunken, stellt sie mit Nachdruck fest. Ein Fehler, der mir nicht nochmal passieren wird. Bei ihrer eingeschnappten Antwort muss ich innerlich grinsen. Das kommt auf einen Versuch an. Weißt du, was dein Problem ist, faucht sie und deutet mit dem Zeigefinger auf mich, als wolle sie mich aufspießen. Klar, ich bin zu gut aussehend für diese Welt. Ich strecke mich und verschränke dann meine Arme hinter dem Kopf. Dass du es nicht erträgst, wenn dir jemand mal die Meinung sagt. Ich registriere, dass du mir nicht widersprochen hast, was meine körperliche Anziehungskraft angeht, erwidere ich genüsslich. Es bereitet mir eine geradezu kindische Freude, sie zu reizen. Und tatsächlich, ein erstickter Laut der Empörung dringt von ihr herüber und lässt mich innerlich triumphieren. Das liegt nur daran, dass ich keine entdecken kann. Ich glaube, ich sollte dir mal einen Spiegel schenken. Und was war mit vorhin? Ich war angetrunken. Ich kann mir vorstellen, wie ihr Blick funken sprüht. Schade, dass es so dunkel ist. Eher angeturnt. Nein, angetrunken. Magst du nicht vielleicht doch noch ein Glas? Einen Augenblick lang schweigt sie. Wirkt perplex. Dann stößt sie ein entrüstetes Träum weiter aus, rafft das gesamte Laken um sich und dreht sich von mir weg. Dann herrscht Stille. Ich boxe mein Kissen auf, rutsche auf dem Bett herum, ohne eine bequeme Schlafposition zu finden, und schiebe das Kissen schließlich ganz zur Seite. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich heute nicht viel Schlaf finde.